Mr. Flacco Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum und S-T-E-R-B-E-N Du schießt wie ein Mädchen! Du schießt wie ein Mädchen! Das ist gar nicht gut, wie soll ich das packen hier ohne Sniper, ohne alles? Scheiße, am besten da hinrennen oder so, keine Ahnung. Der Geliebte hat er getötet, Jack! Das ist auch voll. Ich hab hier keine Waffe. Ich brauch irgendwas Vernünftiges. Das ist alles dasselbe. Scheiße. Du schießt wie ein Mädchen! Ja, hast schon zehnmal gesagt. Ist doch jetzt gut hier. Wie kommen wir denn da weiter... Oh, 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 das ist echt gefährlich hier. Scheiße, Mann! Das ist echt heftig. Was für ein Team! Deserteure und Krüppel! Ich hab nix hier. Vorhin hatte ich doch ne Sniper, wo hatte ich ihn weggeholt? Keine Ahnung. Nehmen wir mal das Teil hier, komm. Ich weiß zwar nicht, wo ich damit hingehen soll, damit ich einen schönen... Was für ein Team! ...Schusspunkte... Der Deserteure und Krüppel! Die liegen so viele Waffen rum, aber einfach nicht das, was ich brauche. Das ist echt blöd. So, wo ist sie? Die alte Sau. Ihr schießt beide wie ein Mädchen! Irgendwo ist sie doch da oben, ne? Komischerweise trifft sie mich immer, aber ich sie nicht. Die blöde Ratte. Ist einfach so. Ich hab Schiss. Ich hab einfach nur Schiss, dass sie mich wieder abknallt. Was für ein Team! Deserteure und Krüppel! Ja, voll da. Verkackt hier mit der Waffe. So treff ich einfach nicht. Ich steh zwar da, aber... Ehrlich, ihr schießt beide wie ein Mädchen! Ich kann sie nicht treffen. Ja, war schon nicht schlecht. Scheiße, sie trifft mich aber auch. Zwei kleine Turteltauben sitzen im Baum. Und S-T-E-R-B-E-N. Ja, mein, sag doch einfach sterben und sei nicht so verblödet. Okay, die steht da immer noch. Einen Schuss kann ich immer ab. Das ist eigentlich okay. Seine letzte Geliebte hat er getötet, Jack! Wow! Ich glaub, das war ich selber, oder? Scheiße. Was für ein Team! Deserteure und Krüppel! Ich kann da einfach nicht treffen. Verdammte Scheiße! Kacke! Wo steht sie? Kacke! Habt ihr wirklich geglaubt, ihr würdet das schaffen? Ja! Geschafft! Guter Schuss! Ich hab's umgebracht! Geil! Boah, endlich geschafft, Leute! Meine Herren! Bis dann, Kleine! Sehen wir doch mal, wie dieser Schlüssel funktioniert. Oh ja! Das hätten wir geschafft! Ich halte den Rücken frei! Wo zum Falle denn jetzt? Was ist das hier? Aktivieren wir doch einfach mal! Der Mechanismus ist defekt! Jetzt müssen wir sie manuell aktivieren! Oha! Oha! Auf jeden Fall da hoch! Ja! Da hoch! Okay! Dürfte eigentlich kein Problem sein! Aktiviere die Wasserwerke von oben manuell! Okay! Wo war das, wo wir hoch können? Wo war das denn? Eben da, ne? Da müssen wir rauf! Wie kommen wir da rauf? Ich hab keine Ahnung! Ah ja! Logisch! Hier so ran wieder! Natürlich! Dann da ran! Dann hoch! Auch alles logisch! Zack! 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 müssen wir denn hin? Ich weiß es gar nicht. Na los, schwing dich, du Sau! So, kurz ein bisschen rüber. Dass man sich so weit schwingen kann, heftig. Und dann da rüber. Darauf, wäre gesagt. Los! Oh, ganz schön weit. So, wo sind wir denn jetzt hier schon wieder? Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Wo muss ich überhaupt hin? Ich hab gar keine Ahnung. Ein bisschen verwirrt hier gerade. War das nicht da hinten bei dem Grünen? Ne, da waren wir ja eben, ne? Die müssen wir ja höher, schätze ich mal. Da oben müssen wir hin, aber wie? Scheiße, keine Ahnung. Ich schätze mal, es war richtig, dass wir hier hingegangen sind. Das auf jeden Fall schon. Bloß was jetzt? Keine Ahnung. Da das weit ist aber nicht gekommen, vom Boden her. Keine Ahnung, hier rüber doch nicht, oder? Keine Ahnung. Ah, da hoch. Okay. Dann da hin. Hier rüber. Und hoch. Gut, dass man es immer noch so ein bisschen sehen kann, wo man hin muss, ey. Also wäre es ja voll scheiße. Tja, hier lang. Hier wieder runter, oder was? Meine Güte. Das sind Wege. Ich sag's dir. Äh, ja. Jetzt sind wir hier schon wieder, keine Ahnung wo, in der Falle. Das, was hier auch immer so abnormale Wege sein müssen. Junge, Junge. Wo müssen wir denn hin? Ah, ist ne Leiter. Okay. Das haben wir bestimmt irgendwie die Leiter nutzen. Ach, darüber. Meine Herren. Alter, ey. Ist ja krass. So, gehen wir mal da hin, wa? Okay. Bis jetzt ist ja noch alles in Butter hier. Keine Gegner, die uns nerven. Das finde ich schon mal gut. Zack. So. Ja, darüber. So. Da müssen wir hin. Also wir sind doch schon fast da. Kommen wir da auch hin? Ich spring. Hauptsache ich schaffe den Sprung auch. Müsste eigentlich. Jo. Wunderbar, haben wir das. Okay, aktivieren den Dreck. Äh, komm schon. So. Kommt wieder ein Wasserstrahl. Na toll. Ich glaube, jetzt wird's kompliziert. Ja. Okay. Der Wasserstrahl geht da hin. Und dann soll er da hinten rüber, ne? Ja, also müssen wir das da verschieben. Da hinten. Wie kommt man da jetzt hin? Scheiße. Jetzt müssen wir erstmal da rüber. Verdammt. Oh. Wow. Alter, nein. Oh. Falle hier schon fast runter. Toll, wie komme ich denn da jetzt hin? Verdammt. Ich muss da hinten rüber. Ah, lustig, lustig. Tralalala. Schon wieder. Hier sind Stangen hier oben, aha. Machen wir mal so. So. Und dann, da hinten, hinten, hinten. Er ist ein bisschen weit, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Da hinten hin springen? Ist ganz schön weit. Ich mach's einfach mal. Tatsächlich. Wow. Ganz schön weiter Sprung war das. Naja, gut. Hat aber geklappt. Ja, dann wieder hier lang. Haben wir hier nicht eben? Keine Ahnung. So. Genau, jetzt hier noch rüber. Und das hier zurückziehen. So ungefähr. Ah, da hinten könnte es auch hin. Einfach mal hier so mittig drauf, auf das Ding. Hä? Was ist jetzt denn? Ach so. Ah, da hinten geht's jetzt auch durch. Sehr gut. Genauso wollte ich's. Jetzt können wir da noch rüber. Nochmal. Und das hier noch zurückziehen. Komm, sei ein starker Mann. Du schaffst das. Das muss aber echt ein harter Strahl sein, ey. Mann, Mann, Mann. So, perfekt. Jetzt geht's nämlich da hinten lang. So, jetzt gehen wir da hinten mal schnell hin. Äh. Scheiße. Wieso fällt dann da runter? Wie behindert ist das denn? Ah, wir sind wieder hier. Sehr gut. Komm. Jawoll. Äh. Wasser. Wasser tut weh. Ja, und jetzt? Hier ist ja gar nichts mehr. Hier geht's ja nicht weiter. Ja. Das Wasser geht jetzt bis hier hin. Und jetzt? Toll. Bin ich hier jetzt umsonst hingesprungen, oder was? Scheiße. Da ist ne Leiter. Bin ich die Leiter nicht hochgekommen? Keine Ahnung. Wow. Ach, sie geht runter. Alles klar. So. Ah, hier ist auch noch ein Wasser. Der geht nach unten. Ach so. Okay. Dann schieben wir das mal da drunter. Und zack. Jawoll. Geil. Das war's doch schon. Zahnräder bewegen sich. Das fährt aus. Und das Tor geht auf. Okay. Coole Sache. Ich fall da bloß nicht wieder runter, du Blödkopf. Geh doch da rauf. Was macht der denn da? Hallo. Alter. Muss ich ja immer rumlatschen. Mann, Mann, Mann. So, haben wir das. Jetzt können wir das hier doch bewegen, oder nicht? Der Mechanismus ist defekt. Jetzt müssen wir sie manuell aktivieren. Ja, manuell habe ich doch schon gemacht. Ich habe hier doch schon alles gemacht. Alles, was nötig war. Da oben muss ich jetzt irgendwie rauf. Wie komme ich da jetzt rauf? Scheißendreck hier. Wie komme ich da jetzt drauf? Da ist doch was zum Hochklettern. Sieht doch ganz gut aus.